Ja, hallo Leute! Hier aus dem Atelier am Schumeyerplatz, liebe Grüße aus Wien! Ihr seid auf meiner Patreon-Seite gelandet und ich freue mich sehr darüber, euch in Zukunft vielleicht als meine Patrons hier begrüßen zu dürfen. Ihr könnt, wie gesagt, eine ganz Kleinigkeit sozusagen an Aufmerksamkeit, an Gutherzigkeit mir schicken in Form einer materiellen Anzahl von diesen Münzen, die man auch Geld nennt. Oder ihr könnt auch andere Angebote hier quasi wahrnehmen. Angebote wie eure Social Media Betreuung, Angebote wie Gesangsunterricht, Klavierunterricht, Klarinettenunterricht, geht heute alles über Skype, ja, kann man alles übers Internet auch abwickeln. Und in diesen Zeiten des Internets habe ich hier also diese Patreon Crowdfunding Kampagne begonnen und würde mich wirklich freuen, wenn sich da die einen oder anderen hier bei mir einklinken. Es gibt eben exklusive Videos von mir vom Channel Marcos Sotiris auf einen Uso mit Marcos Sotiris. Das gibt es im Moment noch öffentlich auf YouTube, aber dann in Zukunft exklusiv nur hier für meine Patrons. Und zudem gibt es Newsletter hier und da, Infos, das eine oder andere Mail in euren Postkasten direkt. Und das Gute ist eben, dass ihr euch nicht irgendwo über Facebook oder andere Social Media Plattformen sozusagen diese Informationen holt, sondern ihr bekommt sie direkt als alte Message sozusagen in euren E-Mail Postkasten. Ja, es ist auch so, dass es jetzt hier nicht um irgendwie eine Kapitalisierung von Verbindungen geht, sondern mir geht es letztlich darum, dass ein Netzwerk entsteht, dass Kontakte langfristig auch aufrecht bleiben und wachsen, dass auch sich diese Kontakte intensivieren durch den Austausch miteinander und dass sich dadurch auch wieder mehr Annäherung durch die große, globale sozusagen Schwierigkeiten der Globalisierung sind die Distanzen ja doch recht weit geworden. Jeder ist irgendwo, man sitzt nicht mehr irgendwo in seinem Heimatland oder in seiner Heimatstadt. Aber die Wege sind ja auch mittlerweile sehr gut zu überbrücken und man kann sich eben auch mal besuchen und sich gegenseitig treffen. Auch hier diese Wohnung hier, Atelier Mühlschligl, gibt es für euch. Also auch diese Wohnung hier, das Atelier am Schumayerplatz ist für euch zu mieten. Ihr könnt euch hier über Airbnb einmieten oder eben über mich persönlich auch also Anfragen stellen und einen tollen Ausflug nach Wien genießen. Hier in unserer kleinen Künstleratelierwohnung hier am Schumayerplatz im 16. Bezirk in Wien. Ja, was gibt es noch zu sagen? Also diese Finanzierungsgeschichte, also das läuft eben so ab, dass ihr per Kreditkarte oder Paypal, leider gibt es keine Bankomat-Variante noch nicht hier in Europa. Ihr müsst also irgendwo die Kreditkarte rausziehen oder das Paypal-Konto eröffnen, was eine sehr gute Sache ist, weil man eben mit Paypal recht viel auch online erledigen kann. Ist also gut, sowas zu haben und man kann aber das Paypal-Konto auch mit dem normalen Konto verknüpfen, sodass dann direkt sozusagen das Paypal-Konto eigentlich das normale Konto auch ist. Ja, und dann könnt ihr euch hier bei mir einfach einloggen, könnt eben einen Newsletter abonnieren oder eben die anderen Goodies, die ihr hier am Rand seht, buchen. Und das Ding ist, dass da noch 20% Mehrwertsteuer drauf ist. Das heißt, wenn ihr jetzt eben 2 Dollar oder sowas spendet, dann kommen da nochmal 20% drauf. Also sind es eigentlich 2,60 Dollar oder sowas. Ja, das ist mal dazu zu sagen, zum organisatorischen sozusagen Ablauf. Und aber was viel wichtiger ist, ist glaube ich, hoffentlich rübergekommen, ist der inhaltliche, der inhaltliche Content, der inhaltliche, die Idee sozusagen hier zu sagen, man baut ein Netzwerk seiner Bekannten, seiner Fans auch auf. Und mir hilft wirklich jeder Follower natürlich ein Stück auch in meiner Kreativität, in meiner Überzeugungskraft zu sagen, okay Markus, du machst das weiter, das wird gut werden, das ist cool. Und es wird ein, ein, ja, ein Leben als Künstler ist natürlich eine, eine tolle Freiheit, die natürlich aber auch viele Schwierigkeiten mit sich bringt. Und da hoffe ich eben auf eure Unterstützung. Denn ihr wisst, es ist nicht leicht und natürlich hat jeder da draußen und ihr auch eure Steckenpferde, die da so geritten werden wollen. Aber ja, wie gesagt, Kunst auch als Inspiration hier der Austausch, Kunst, die ich versuche zu vermitteln, sozusagen Kunst will gesehen werden, Kunst will nach draußen, Kunst will von euch auch konsumiert werden. Und dass ich weiter meine Kunst machen kann, dabei helft ihr mir, wenn ihr mich hier auf dieser Plattform unterstützt. Lange Rede, kurzer Sinn, ich danke euch und ich freue mich vor allem auf den persönlichen Kontakt mit euch. Wie gesagt, man kann hier auch auf der Plattform dann Messages austauschen, man kann sich sozusagen auch kommentieren, ihr könnt dann meine, meine Videos kommentieren, ihr könnt eben auch, auch Wünsche äußern und, und, und. Also ich freue mich auf einen Regenaustausch mit euch und auf ein schönes 2019, 2020 und was da kommen mag. Es möge besser werden, als das, was es jetzt ist. Ich hoffe immer noch und inständig, dass der Mensch so wie der Wein, desto älter er wird, auch reifer wird. Ja, momentan natürlich und auch schon immer war das nicht, ist es nicht bei jedem Menschen so, aber wir geben die Hoffnung nicht auf.